Ja, hallo und willkommen hier zur fünften Folge Supremacy 1914 mit Turkistan auf der 100er Karte. Wir haben Tag Nummer 3 und wir stehen auf Platz 4 mit 28 Siegpunkten. Direkt hinter Pakistan, das ist natürlich eine gute Sache, Pakistan hat ja jetzt schon zwei Hauptstädte eingenommen, sprich Aquila, der ist jetzt auf dem Weg Richtung Persien, auch das sieht sehr erfolgreich aus, das wird wahrscheinlich gut gehen, er wird das hier relativ gut ohne irgendwelche Gegenwehr nehmen können, das heißt für uns auf jeden Fall schon mal, dass wir die Truppen abziehen können. Und ich werde dann wahrscheinlich direkt hier weitermarschieren und hier auf die KI gehen. Der Grund ist der, wir haben es dann hier oben bald mit Russland zu tun, ihr seht es hier, die Armee von Russland ist schon unterwegs, das sieht auch sehr nach Gewaltmarsch aus, muss ich mal sagen, da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann läuft. Ja gut, soll er machen, kann er machen, habe ich jetzt prinzipiell erstmal kein Problem mit. Ist jetzt natürlich die Frage, was ich davon halten soll, weil ich bin, wenn man den Servicebericht guckt, ja gut, das sieht jetzt auch nicht, die Sitz sehen nicht ganz so gut aus. Ähm, aber es ist auf jeden Fall schon mal spannend zu sehen, dass hier dann wahrscheinlich, äh, der Gewaltmarsch quasi, äh, verwendet wird schon. Ähm, ja, und müssen wir einfach mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Wir haben jetzt hier auch schon unsere ersten zwei Kavaleries fertig, die werden wir auf jeden Fall für den Angriff hier im Süden mit nutzen. Wir ziehen die erstmal da mit hin, dann sind die morgen früh einsatzbereit, die Armee. Äh, ich denke, das ist durchaus eine gute Sache, dann werden wir das mal einfach so machen. So, genau, die zwei, ihr bleibt bitte hier mit. Und ihr bleibt auch erstmal da, falls da noch ein Gegenangriff kommt. Äh, ist das schon AFK? Ne, ist noch nicht AFK. Genau, ähm, der Plan, wie gesagt, sieht jetzt so aus, dass wir hier, äh, das russische Empire angreifen und die letzten Provinzen erholen. Der Plan ist ja eigentlich erstmal noch die vier. Der Plan steht auch so immer noch weiterhin, wie in der letzten Folge angekündigt. Müssen wir einfach mal gucken, ob der so umgesetzt wird. Ähm, Aquila wird sich jetzt Persien holen. Äh, so ist das jetzt auch abgesprochen. Wir haben mal kurz in Kontakt gestanden. Was genau SKG jetzt hier vorhat, kann ich noch nicht sagen. Der ist ja immer noch nicht gewachsen. Seine Armee ist mittlerweile aber schon ordentlich gewachsen. Äh, 390 Impfs, 7 Panzerwagen, 3 Kavaleries. Damit kann man auf jeden Fall was machen. Deswegen frage ich mich, wann man hier aktiv wird. Auch da werde ich vielleicht mal nachfragen, was da dann so der Stand der Dinge ist. Aber, äh, ich vertraue ihm da eigentlich und gehe davon aus, dass er weiß, was er tut. Von daher, ja, gucken wir einfach mal, was passiert. Hier wird jetzt auch eine Kaserne gebaut, noch ein Panzerwagen. Und das ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Also, er macht auf jeden Fall was. Wir gucken mal, was passiert. Ja, ansonsten hat sich in der Welt heute nicht so viel getan. Spanien hier sehr erfolgreich, immer noch gegen Frankreich. Irland, das klägliche Spiel. Damit fange ich jetzt nicht nochmal an. Ähm, im Süden Afrikas, das ist die einzige Überraschung. Äh, Südafrika scheint Angola zu besiegen. Das finde ich doch sehr interessant. Ähm, ich hätte dann gedacht, Angola ist hier überlegen. Ist natürlich der Punkt, Angola hat wahrscheinlich durch die Kriege viele Truppen verloren, nicht mehr viele Einheiten zur Verfügung. Äh, das kann da natürlich ein Grund sein. Und, äh, Madagaskar ist gelandet. Oh, Entschuldigung. Es ist so, die Zeiten, zu denen ich aufnahme, nehme, sind nicht so schön. Ähm, Madagaskar ist gelandet. In Afrika, auch das ist sehr spannend zu sehen. Es war eine Marienlandung, ja. Logischerweise sehr erfolgreich gewesen jetzt damit. Ähm, wie viele, wie wir es sagen, die Provinzen? 16 Stück. Das ist auf jeden Fall in Ordnung für den dritten Takt. Damit kann man leben. Und genau, in Südamerika tut sich noch nicht so viel Schiele. Und Argentinien sich immer noch am Bekriegen. Und ich glaube, Brasilien ist auch aktiv. Genau. Brasilien ist auch aktiv. Die sind ja auch nicht in einer Koalition. Wem ist ein Brasilien in einer Koalition? Peru und Republik Argentinien. Republik Argentinien. Ah, okay, die werden hier oben vernascht gerade. Von wem werdet ihr denn vernascht? Von Chile. Aha. Sehr interessante Geschichte. Auf jeden Fall. Peru hier oben auch noch dabei. Jetzt sich langsam Richtung Süden vorarbeitend. Ja, das sind so die üblichen Scharmetze hier im Norden. Amerika ist genauso. Und genau. Dann würde ich sagen, wir geben jetzt unseren Plan nach. Ich würde mich dann morgen wieder bei euch melden, wenn es wieder was Neues zu berichten gibt. Den Spaß kennt ihr ja. Und ansonsten wieder eine etwas kürzer gehaltene Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.